Ich mach uns nen Vorrat an Nudeln da. Ja, ähm, ja. Ja, mach das, Max. Das ist ne tolle Idee. Ich krieg nen Ausraster bei dir. Jetzt liegen hier überall kack Nudeln rum, ey. Mach du nen Fisch, mach du nen Fisch. Das ist doch beides Fisch. Jetzt komm. Ich kann gar nicht verkacken. Das, was du am Anfang... Ey! Nein! Ich bin hier der Meister, komm. Okay. Oh nein, das war so dumm, das war so dumm. Das war so dumm, warum hab ich das gemacht? Das ist safe, Max. Holst du ne Karotte? Ich hab's echt probiert. Ich hol ne Karotte. Snipe. Och, komm. Ja! Bitte was? Ist an der Wand abgeprallt. Ich hab den Müll einmal geworfen. Ich hab den Schlüssel geworfen. Wie sieht Alex nochmal aus? Ja, ist doch der eine da. Wie ist keine Blusche? Ey, ich... Nein! Du... Du sag... Du warst das, oder? Ja, der Bubu war ich. Du... Komm, gib mir einfach die Dusche. Da! Nein! Nein! Was machst denn du? Nein! Du hast es kaputt gemacht. Das war falsch, wir haben Abzug bekommen. Was kann ich denn dafür? Oh'n Fisch. Oh'n Fisch ins Gesicht. Ja, sag einfach gleich durch, wenn ihr ein Fisch seid. Ja... Max... Alex... Alex! Alex... Was soll's? Alex! Ey, so offen, Alex. Der ist echt so einfach. Der findet uns nett. Der sieht da nett. Ich sag's dir. Ich seh euch doch nicht. Ich geh da oben. Nein, kannst du nicht! Komm her, trau dich. Komm, 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 komm. Hoho! Hohoho! Oh Gott! Und ein... Ja, chill! Ja, sorry, ich bin ja nur von Feuer umzingelt und Toten... Ich... Das ist Paul. Kleine Frage, weißt du, was der kleine rote Punkt auf der Kamera bedeutet? Oh! Ich glaube, das weiß er nicht. Langsam wieder die Zeit kommt, wo Max wieder Mörder ist. Aha, das würde nur ein Mörder sagen. Ja, tu's doch rein. Ich krieg raus was. Braucht was? Braucht Teller. Ja, macht vielleicht Sinn, oder? Ich hab's in den Mülleimer gebraucht. Pack die Pfanne weg, Pfanne weg! Oh, es ging noch, es ging noch. Alter... Wir haben zwei Sterne, glaub ich. Wir haben drei. Wir haben ein paar Sachen verkackt, deswegen glaub ich. Dass wir zwei haben, oder? Alter... Wir sind wahrliche Götter. Haben wir ja grad verkackt, die Mission. Nee. Du bist einfach der leichteste Gegner, den ich jemals hatte. Sag dir der, der jetzt drei Runden miteinander verloren hat? Nee. Nee, nee. Ey, ich blick nicht mehr was abgehend. Arbeite doch einmal. Ey, ich lass dich gleich alleine in dem Strudel hier. Hab ihn, hab ihn nicht, hab ihn einmal abgewandert. Und wenn ich das Match verliere? Was du werden tust? Ey, nee, es kommt halt gar keiner mehr. Nein! Was machst du? Bist du geliebt? Nein, ich hab nix gemacht. Ich wär erster geworden, wenn wir mal sagen. Scheiße. Ich hab zweimal verkackt. Ich hab komplett verfehlt. Ey, sorry. Ich hab zweimal komplett verkackt. Leute! Wenn wir da runter gehen, dann sterben wir. Es geht dir um Leben und Tod, helft mir doch mal. Erst ruhig. Weil er nämlich nicht weiß, wie er sich verteidigen soll. Wisst du was? Wir machen das jetzt ganz traditionell mit der Münze. Och, nö. Die Münze. Weißt du was? Ich bin kein Münster. Ich wollte dich raus, Alex. Sorry. Ich bin gefährlich, pass auf. Ich merk schon sehr gefährlich. Knapp drei. Wollen wir nochmal oder drei Sterne? Normal. Nochmal oder drei Sterne. Also... So nach ruhig.